Tipp Tutorial Fernzugriff per VPN-Dienst So können Sie als Studierende der Leibniz Universität Hannover bequem von zu Hause aus auf die Online-Ressourcen der Tipp zugreifen. Googeln Sie dazu als ersten Schritt einfach die Begriffe LUIS und VPN und wählen dann den ersten Treffer der Leibniz Uni IT-Services aus. Scrollen Sie dann auf der Seite etwas nach unten und ordnen sich Ihrem Betriebssystem zu. Klicken Sie nun auf die Adresse vpn-server.uni-hannover.de Im nun auftauchenden Anmeldefenster melden Sie sich mit Ihrer WLAN-Kennung, also Ihrer LUH-ID-W1 und dem entsprechenden Passwort an. Klicken Sie auf Continue und dann auf den Download für Ihr Betriebssystem. Speichern Sie die Datei und klicken Sie sie in Ihrem Download-Ordner an. Folgen Sie nun der Installationsanweisung. Die Installation kann an dieser Stelle etwas dauern. Jetzt öffnen Sie den Cisco AnyConnect Client aus Ihren Programmen. Die hier geforderte Serveradresse finden Sie auch in der Installationsanleitung auf der Seite des LUIS. Sie lautet vpn-server.uni-hannover.de Geben Sie erneut Ihre WLAN-Kennung ein und akzeptieren Sie die Verbindung zur LUH. Jetzt haben Sie den vpn-Client erfolgreich installiert und können nun auch von zu Hause aus in vielen elektronischen Datenbanken und Zeitschriften recherchieren, sowie auf lizenzierte E-Books und Volltexte zugreifen.